Bauen oder lieber renovieren? Eine Frage, die sich in Zeiten niedriger Zinsen viele stellen. Doch viele sind auch mit dem Ganzen drumherum überfordert. Schließlich soll das Eigenheim energieeffizient sein und auf lange Sicht den Geldbeutel schonen. Informieren kann man sich beim Handwerk. Und das ist in geballter Form auf der Reutlinger Messe Handwerk im Zirkuszelt vertreten, die heute eröffnet wurde. Unsere Kollegin Sigrid Janatschke war dabei. Auf der Messe hier soll es nicht nur um Bauen gehen, sondern jetzt gerade im Rahmen der Energiewende natürlich auch um energiefreundliches Bauen. Und ich würde sagen, solange das Wetter mitspielt, gehen wir einfach mal auf den Rundgang und schauen, was hier so alles geboten ist. Moderne Heizungssysteme und alternative Energieerzeugung stehen bei der Messe rund um Bauen, Sanieren und Renovieren ebenso im Vordergrund wie die Gestaltung von Fassaden und Wohnraum. Zum jetzt siebten Mal ist die Messe in Kombination mit den Reutlinger Energietagen auf den Bösmannsäckern. Und da darf dann auch die Energieberatung vom Fachmann nicht fehlen. Worauf kommt es denn an, wenn man jetzt ein Haus neu bauen oder auch sanieren möchte? Also es kommt hauptsächlich darauf an, dass man das gesamte Gebäude in Betracht zieht und auch mit der Heizungsanlage und nicht nur einzelne Positionen. Und wie wird jetzt ein Haus besonders energiesparsam? Ja, meistens durch eine neue Wärmedämmung an der Wärmedämmverbundsystem, an der Fassade oder am Dach und neue Fenster. Auch spezielles Duschmöbeljahr gibt es zu sehen. Etwa wie dieses Sofa mit integrierter Heizung. Oder einen Staubsauger, der einen Wasserbehälter statt einem Filter hat und so die eingesaugte Luft zu fast 100 Prozent säubern können soll. An anderer Stelle wollen Mitarbeiter des Landes Baden-Württemberg die Besucher über die Energiewende informieren und zeigen, welche Umweltziele das Land bis 2050 verfolgt. Hier soll man sehen können, wie Marcelo ganz einfach Strom erzeugen kann. Und ich trete jetzt mal ordentlich in die Pedale. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Räder gibt es auf der Messe aber nicht nur zum Erzeugen von Strom, sondern auch zur Fortbewegung mit Strom. Wer will, kann aber auch elektrisch angetriebene Zweiräder der anderen Art testen, die sogenannten Segways. Auch morgen ist die Messe von 11 bis 18 Uhr nochmal geöffnet. Und während sich die Eltern informieren, können sich die kleinen Besucher beim Kinderprogramm amüsieren. Im Zirkuszelt war hier jetzt gar nicht so viel, sondern sehr viel, vor allem auch um das Zirkuszelt herum. Das könnte aber einfach daran liegen, dass es hier so viel Angebot gibt, das würde in ein Zirkuszelt gar nicht reinpassen.